Ich bin der Alexander. Ich bin mitten im Vechta Umzugsgetümmel. Wir sind hier auf dem Wagen des VCCs und neben mir steht der Manfred. Manfred, was kannst du mir über diesen kunstvollen Umzugswagen sagen? Wie lange hat es gedauert, den herzustellen? Den hergestellt haben wir in einem Jahr. Innerhalb eines Jahres? Wie viele Leute haben daran mitgearbeitet? Das gesamte Prinzenkorps. Und das sind wie viele? Das sind wie viele Menschen? Wir sind jetzt 24. Ich stehe jetzt neben der Prinzessin. Worauf freuen Sie sich denn am meisten? Jetzt beim Stoppelmarkt freue ich mich erstmal. Wie man sieht, alle sind gut drauf, alle freuen sich. Es ist eine tolle Zeit. Wir haben zwar nicht ganz so viel Glück mit dem Wetter, aber ich glaube, wir kriegen trotzdem ein paar tolle Tage. Alle sind gut drauf. Wir freuen uns, dass auch Besuch aus Düsseldorf da ist. Wir freuen uns sehr drüber vom KG Regenbogen. Wir sind extra angereist. Das ist doch eine schöne Sache. Was haben Sie persönlich heute noch vor, wenn der Umzug vorbei ist? Also wir werden uns in der Gemeinschaft noch treffen auf dem Stoppelmarkt und werden hoffentlich einen tollen Abend verbringen zusammen. Dann kann man nur viel Spaß wünschen. Ja, vielen Dank und den Lauf! So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020